Anne, wie hast du Papa eigentlich kennengelernt? Die Geschichte ist sehr emotional. Emotional? Geschlechtsmerkmal? Oh mein Gott. Erzähl einfach. Mein Geschlechts? Nein, stopp. Die Geschichte. Achso, okay. Mehmed! Was ist? Erzähl, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe die wunderhübsche Aileen gesehen. Wer ist Aileen? Ich meine... Fatma. Fat... Tamogana. Ich will raus. Wow, Anne, sehr emotional war die Geschichte. Dein Sohn will was von meinem Geschlechtsmerkmal. Wo ist die Tür? Okay, warte. Das Emotionale war deine Geburt. Wir haben uns so sehr einen Sohn gewünscht und haben einen Hut bekommen. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? zip Was ist die Tür? Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Wir haben dich nicht gewünscht. Dass ihr schипt, Magazine zu sein. Wir sind hier. Wir haben dich.